Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Attacken. So, wir fangen direkt an, denn wir müssen heute wieder 6 Kämpfe machen. Und die will ich natürlich auch schaffen. Erster Kampf gegen Mike und Mahomai. Muskel hoch 3, ja, hat Mahomai ja schon, ja. 88% hat der gehabt, Siegesquote. Relax, ich bin sowas von relaxed, das glaubst du gar nicht. Ist der grün? Ich würde sagen, hat er mich gekontert, nein, hat er nicht. Ah ja, ist ja in Ordnung. Genau wie war die Attacke nochmal. Okay, so nicht, aber das ist in Ordnung. Das ist auch gut. Unser Limit füllt sich so schnell, ist ja unfassbar. Wieso immer es Nibuna, was will sie mit Nibuna? Kontere, ja, ich weiß. Oh mein Gott, der hat mich gegriffen. Er ist so halb grün. Ach nö, bitte nicht. Ich glaub, da hab ich hier... Alter, ist in Ordnung. Alter, was? Wie unfair. Ach ja, wenn man verliert, kriegt man gleich 40% von ihr dazu. Also für Resonanz-Dings, ne? So, jetzt kriegst du auch mal richtig, richtig auf die Fräse, man. Sollte reichen, oder? Nicht? Oh mein Gott. Komm. Oh nice, wie er reingelaufen ist. Ich find Machomai auch echt cool, ne? Vom Design auch her. Mit seinen Vier-Armen, ich find das so nice. Also jetzt nicht nur in Pokémon Tekken, sondern generell halt, ne? Glücksbonus! Juhu. Auf 32 nur? Alter. Kommt man immer nur 14 Ränge? Ach, toll. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wenn 14 Ränge, dann sind's auf jeden Fall noch 10. Dann sind wir nachher 4 da. Ich wollte das Kämpfen eigentlich nur mal kurz ausprobieren, aber jetzt komm ich nicht mehr davon los. Ähm. Andersrum. Aber egal. Macht dir ja keinen Unterschied. Denke ich mal, oder? Nicht wirklich. Paulette. Hm. Ich wollte gerade sagen, wieso steht der jetzt Kämpfe 5, Siege 5? Aber ja klar, mit Machomai, also das war jetzt nicht wirklich klar, dass es für jedes Pokémon einzeln ist, aber... Es ergibt halt doch schon Sinn, dass es für jeden Einzelnen ist. Ich frag mich auch, was das bringt. Ist man denn stärker, oder...? Meine Resonanz-Dings ist schon halbvoll. Wow. Okay, let's call in some support. Greifen. Greifen. Schade daneben. Warum Homma? Komm. Komm. Ja, ist ja gut. Beruhig dich, blödes Zuikun, Alter. Immer mit der Ruhe, ne? Als wenn Zuikun auch so viel Leben hat, ne? Das kann ich auch, das kann ich auch, ich kann es sogar... Oh mein Gott. Ich sollte auch treffen, das wäre auch sehr toll. Komm, bevor ich hier... Wenn auch irgendwas passiert, machen wir das mal lieber. Und gehen noch ein bisschen drauf. Nice. Ja, nimm ihn mal. Nice, die dann. Ich würde sagen, das gibt wieder mal einen schönen Bonus, oder? Habe ich gehört, schönen Bonus. Erstmal auf Stufe 5. Wir gehen nochmal auf Resonanz. Die Schmach einer Niederlage hat irgendwie auch was. Na, ich weiß ja nicht, ob das so toll ist. Ja, wir machen mal, wir machen mal den. Sonja. Neos City, wieder mal. Nimm mal Lapras. Ich habe mal Lust, Lapras zu nehmen. Oh, das war ein schöner Block. Schade, dass der nicht getroffen hat. Das wäre ein schöner Treffer gewesen, tatsächlich. Ach komm, brauchst du noch nicht mal viel. Ja gut, das ist ein bisschen unnötig, aber... Ja, und Lapras kann natürlich nicht zum Einsatz, logisch. Und jetzt muss ich nochmal von ganz vorne, ne? Ich glaube, es würde auch diesmal nicht zum Einsatz kommen. Treffe ich noch? Ich weiß, ja, den treffe ich jetzt auf jeden Fall. Das ist natürlich... Also ich würde es richtig ärgerlich finden, wenn ich das einsetze und er kommt dann mit der OP-Attacke. Er kann ihn zwar auch noch einsetzen, aber... Ist ja doch jetzt schon... Ja, jetzt war es sowieso, ne? Komm her. Komm her, komm her, ja. Komm, als wäre er denn kurz noch unverwundbar war. Es war nicht fair. Überhaupt nicht. Offensive wieder mal 5 und insgesamt 4 sogar. In letzter Zeit habe ich öfter mal 4, ne? 4 Sterne. So, Emilia. Ja, Lapras haben wir nicht bekommen. Wir nehmen mal die ersten. Die habe ich ja neu reingetan bei mir. Kann man ja mal schauen, was die so können. Führt einen wiederkehrenden Distanzangriff aus, stürmt auf den Gänger zu und greift von unten an. Da stand aus, es ist gut für Kombos. Schauen wir mal, ob das so gut für Kombos ist. Komm. Wie geht es eigentlich ab? 30? Okay, das geht eigentlich. Ja, ich will es ja auch nicht einsetzen. Was ist denn los mit ihr? Komm, greif. Wie viel Greifen abzieht auch, ne? Also die Attacke natürlich, die nach dem Greifen kommt, aber... Das war's. Und bye. Aber nicht mal Dicta kann sich aufladen. Und Dicta braucht natürlich jetzt echt nicht viel, ne? Greifen wir erst mal so an, ein bisschen. Zack. Und jetzt noch mal mit dem hier. Dann war's. Dann war's eigentlich auch schon wieder. Guck. Alter, guckt euch mal die Treffer links an. 1000 Treffer. 1000 Treffer-Kombo. Das ist mir jetzt aufgefallen. Bonus wieder mega viel. Insgesamt 30 Mal gekämpft. Hm. Insgesamt 30 Mal gewonnen. Bonus wollen die mir aber nicht geben gerade. Nice. Also, das ist ja jetzt nicht schlimm, mal. Das habe ich jetzt nicht zwingend notwendig. Unwendig. Aber ja. Schon schön, sowas zu bekommen. Phasenwechsel. Dann greift er ihn. Und dann ist es, glaube ich, wieder Phasenwechsel, oder? Ne, da nicht. Okay. Wobei, X ist immer oft Phasenwechsel. Weißt du, wenn ich jetzt so mache? Na ja, gut, den habe ich jetzt nicht getroffen. Gut. Der trifft natürlich auch nicht. Ups. Ja, ist ja in Ordnung, Lurak. Beruhig dich. Nein, bitte nicht. Ich darf das. Oh, nice. Konter, alter. Der Konter war so wichtig. Oh, 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 right. Let's have some more fun for the next round two. Round two. Alright then. Let's give it a shot. So, und... Oh, er macht den. Dann mache ich den auch. phasenwechsel und auf die fresse er hat geblockt das kann jetzt nicht dein ernst sein aber es bringt ihm auch nichts denn er ist jetzt weg das ziel auf jeden fall 95 ab diese immer das ist irgendwie cool weil er so dampf hat ist ja klar stufe sieben so was nehmen wir mal jetzt das klo greife ich an wenn du dich traust ich traue mich da schon da brauchst sie natürlich keine angst haben und vielleicht sollte ich mal dabei also so wichtig sind die helfer jetzt nicht finde ich aber vielleicht sollte ich doch mal die helfer skill dass man die schneller bekommt denn ich bekomme nicht mal die die man schnell kriegen soll also die die halt schnell zu kriegen sind was wir sie eigentlich immer mit ihnen sind die dings da ich will das noch nicht mal einsetzen lass mich doch in ruhe ich will es doch nicht einsetzen wo er damit ist nicht voll kommen nach oben geht es nach oben ja gut dass man noch zwei geblockt toll so und das war glaube ich dumm oder ich muss ja immer zweimal setzen das vergiss ich auch mal meistens ich denke mal wenn ich das aktiviere dass der gleich schon halt seine seine starke attacke macht das stimmt ja gar nicht die macht er erst beim zweiten einsetzen mag ich so viel kohle einfach ja wir gehen auf angriff erstmal nochmal glücksbonus lass die fäuste sprechen hm hm Ich bin der Synergy-Burst. Und wir waren vollständig über. Selbst nach dem Kampf Endeffekt, sie bleiben in Synergy-Burst. Dann, die nächste Sache, ich weiß, bin ich hier zurück. Ich bin ehrlich gesagt, ich noch nicht wirklich verstehe, was passiert. Huh? Hmm, das klingt ein bisschen anders als was mit uns passiert. Für uns, es war eher so, wie... Well, after we battled with Mewtwo, its Synergy-Burst scattered. And it returns to normal and took off, right? What do you think was different? But still, I can't imagine a Pokemon would just come looking for a fight for no reason. You think it all might be because of that stone? Or maybe this has to do with that girl. Kommt Mewtwo nicht jetzt gleich nochmal? Naja, was heißt jetzt gleich? Aber nach den Kämpfen bestimmt nochmal, ne? Auf 21 erst? Please, ne? Sag nicht, ich muss jetzt noch 10 Kämpfe machen. Ich dachte, ich muss jetzt nur noch 5 machen. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt gleich auf 8 komme oder unter 8. Na, auf 8, ne? Aber auf 8 ist schon unwahrscheinlich, ne? Ach, hier, Teilnehmer sind 49 hier. Habe ich mir doch gedacht, dass das nicht 60 waren. Das war noch nicht 60, ne? Anscheinend nicht. So, auf jeden Fall. Ja. Mach mal jetzt cool, ja? Ich denke aber trotzdem, wir nehmen nochmal einen anderen. Wir können ja mal rum, umgehen, ne? Das ist jetzt ja, ich... Wir müssen ja sowieso mal mit jedem kämpfen, ne? Und das kann man ja immer so, bietet sich halt jetzt auch gerade an, zu wechseln. Und entweder habe ich schon gewechselt oder wir wechseln Anfang nächsten Parts dann mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt hier fürs Zuschauen. Hoffe euch hat der Part gefallen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. 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 Ciao.